Hallo meine lieben Freunde, Willkommen zurück zu Final Fantasy Type 0. In dem letzten Part sind wir zurück in die Akademie gekommen. Und ja, was soll man noch anderes sagen? Es war ein Massaker. Es ist überall Leichen, überall Blut und ja, es hat keiner überlebt. Keiner. Und die, die überlebt haben, haben sich halt per, keine Ahnung was es war, aber, komm, heißt das nämlich, haben die sich gemeldet und haben gesagt, es ist alles aus. Aber wir gehen jetzt ins Klassenzimmer, denn ich glaube, der Moki hat überlebt. Unser Chef. Unser Chef. All of them. Now they've turned against us. Ha! Fine! Just let them hate us. All we did was carry out the campaigns Mother and the Dominion Brass gave us. They just want some place to vent their anger. Or perhaps this is simply our fate. As you know, those once hailed as heroes are doomed to be hunted as heathens. Yeah! What the heck is going on? It makes no sense. Let's calm down and assess the situation. The main problem is... Um... I think we first need to... you know... um... Ha 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 ha! You don't see that every day. Queen's panicking. I'll have you know, this is quite serious, Jack. Rem... Still isn't woken up. Yeah. She just passed out. And she's been unconscious ever since. Why didn't she tell us she was sick? She didn't want us to worry. That must have been her reasoning. Yeah, that's probably it. She always did lie to us whenever we brought up health issues. What? Seven! You could tell when Remski was lying? Hmm? Well... couldn't everybody? Apparently Rem's been sick for a long time. Mother said that current science can't cure her. The doctors all said her Phantoma is in such a weakened state. That... She may never awaken again. You're all bumming me out. Try to be a little more positive, would ya? Ah! Yo! Where'd that punk Machina go off to? Rem's in trouble! She needs him. That... jerk? Since all of us remember who Machina is... That's proof that he's still alive. Ha! So where is he then? It feels as if... Class Zero... Is beginning to fall apart. The gloom! It's too much! But... It's hard not to be depressed. In this situation. Listen. Acting all gloomy's not gonna wake Rem up or find Machina. If we don't cheer up, we'll just sink deeper and deeper until we drown in sadness. But cheering up won't change anything either. It will, it will! If we stay positive, we can picture a brighter future. Then we can come up with better ideas. Huh? Oh! Huh? Huh? Jack. W-what? For the first time in my life, I respect you. Oh, you're making me blush. Wait, that's not a compliment. If we have time to worry, then we have time to do something. Right? Let's get some information. Okay, informationen. Der Mokri ist nicht... Der hat mich doch angeschrieben, der Mokri. Okay. The seal has been broken. And the souls have been released. Mother, what happened? Will you children be able to make it? What? Will you darlings be able to make it beyond the void? In spite of the minuscule... No. Infiniteesimal probability of success. Mother, what are you talking about? I want you all to write the final page yourselves. Huh? None of you have ever chosen your own way of living. Not once. We haven't chosen our way of living? Queen, you understand, don't you? You mean the Akashic Records? Precisely. Recorded in those pages are the will of the crystals, the cogs driving your destiny. All you have done throughout your lives is dutifully carry out the orders you've been given, as written in the records. That's... So I want you to choose your own endings. This... Is the final freedom... I give you as humans. Yes. You are all human. Humans cannot choose how they are born. However, humans are the only ones who can choose how they live. And how they die. So choose, darlings. And inscribe the final page as you see fit. Boy. She was acting different. It was like... She made even less sense than normal. My brain hurts. I mean... Of course we're human. Right, hey? Mother told us to choose. But... What exactly are we supposed to choose? Hello, Seven. Die ganze Welt wartet nur auf jemanden, irgendwen, der sie rettet. Ja, das werden wir sein. Der Mucki ist ja doch da. Hey. Und die komische Info. Dann komm ich hin vom Mädchen. Der ist auch noch da. Oh, da werd ich jetzt erstmal ein bisschen wat kaufen. Oh ja. Oh ja, Alter. Gib mir! Ja! Geil, 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 geil. Oh. Was? 74 will ich jetzt auch nicht. Aber gib mir mal... Äh... Ja, 25, denk ich, werd ich kaufen, oder? So, okay. Ja. So, sie hat leider keine Phoenix-Feder. Ich hätt jetzt... Ich nenne jetzt Phoenix-Feder. Egal, reicht mir, reicht mir. Mogri, was geht? Ja. So, sie sind wirklich so schwer? Sie sind super schwer. So schwer. Sie machen mich fühlen, wie ich ein Weakling. This is what it must feel like, to finally meet your match. You serious? And now, I have more sad news. First went to Concordia, and now, their signals kaput. We can't get in touch with them, hey? So the worstest Adam. Das ist kein Problem, was wir? Wir haben erst getroffen, also was? Wir müssen einfach den Schmuck aus diesen Versus holen! Wenn die Klasse 0 auf sie auf sie, werden sie zu schlafen! Wir essen sie für Brackfest! ich hatte den trotzdem ein über etat vielen dank was gibt es denn so im hinterhof kann ich jetzt auf dem friedhof ich darf nicht auf dem friedhof ihr wollt jetzt auch nicht mit mir reden okay dann reden wir halt nicht okay ich muss aber niemand okay so wird zum magiefakultät oder oder wie war das jetzt wir gehen einfach mal ins erzkristallium vielleicht gibt es da irgendwas ich weiß es nicht es sieht nicht danach aus wie gesagt ich gewahre als verteidigung ok mit die kaputt ist die fehlmatte sich jetzt erst tschuldigung egal ich interessiere mich absolut nicht für magie aber ein bisschen heilung wäre gar nicht schlecht okay was jetzt kurz mal die eingangshalle zurück sind ja doch noch einige da habe ich nicht raus wir haben alle eingänge verriegelt um die ruf ruf draußen seiten verlass diese akademie nicht nicht einmal ihr habt die chance gegen die woher willst du das wissen ich dachte erst das für maschine maschine was hat er für info kann ich bei dem kämpfen oder was dem okri 21 kenne jetzt ja du hast 21 erkennungsbergen gefunden kubo selbst in deutschen zeiten weißt du wie die verstorbene noch zu würdigen kubo danke das ist eine kleine aufmerksamkeit von mir kubo über das ist nicht eigentlich auch noch 4 bekommen weil ich mehr als 20 stück gefunden habe wie sieht denn überhaupt eine operat meine option hier gerade aus wie soll das hauptquartier ach so ok oder machen wir das mal so ich bin da sind ja noch richtig viele hast du mission jetzt gerade in den zeiten hey there guys what are you doing in the war room at a time like this i'm here because it's a time like this we're in trouble the chancellor is missing what it's like how can he leave us during this crisis right i can't contact the consortium and i can't even get a hold of dr erasia mother too at first i thought the versus got him but then i realized i still remember them so they must be alive so in that case who's taking charge of the dominion that's the problem no one the chain of command is completely shot so i thought i'd at least take over here so what's the situation bad those versus things are attacking rubrum as we speak the cadets who went to send them off are helpless against them a lot of them are dead the minion kid dead from what i've heard it looks like versus destroy fantoma in living people so we can't heal them you can see how we lost so many we have to do something well you won't get any orders you can only rely on yourself and your allies i might get more information stop again later this is just about all i can do trotzdem danke nagy trotzdem danke hi was geht bei dir ist aus klasse 0 richtig ich habe einen weg gefunden die roses zu besiegen aber es nützt nichts die roses auszulöschen müsst ihr sie zuerst zu boden bringen und ihr dann ihre anime nehmen wenn ihr ihnen die anime lässt lassen stehen sie einfach wieder auf ist zeit die einzige sie besiegen können verstanden zu boden bringen dann sofort die anima ziehen okay merke ich mir auf jeden fall du hast neue waffen du hast aber einfach dieselben waffen die ist schon seit anfang an gibt jetzt mal ohne miss gibt es keine neuen hi ich habe tatsächlich ein bisschen vp trotzdem zu wenig um mir irgendwas zu kaufen die roses besiegt man nur wenn sie eine kurzzeitige verteidigung von nachlesigen dann muss man zuschlagen aber selbst wenn man sie besiegt stehen sie nach kurzer zeit wieder auf ja aber nicht wenn man ihr anima anzieht hat wurden mir gerade gesagt hat da ist eine tür dankeschön unterstütze bitte die versorgung der verwunderten ja ja mach ich ich rede jetzt erst mal weiter die rufsus sie tauchen ohne jegliche vorwarnung auf gerade hier sollten wir doch unter dem schutz des feuervogels stehen wir haben verzweifelt widerstand geleistet aber der großteil des militärs und der kadetten war in ingram es ist ein wunder dass wir sie vertreiben konnten habt ihr das auch gesehen sie können sich teleportieren egal wo man hinflieht sie stehen schon wieder vor einem es gibt kein entkommen für die bevölkerung ruhe wo es in den städten und dörfern kommt wahrscheinlich jede hilfe zu spät das ist natürlich kage ich muss trotzdem wieder ins hauptquartier okay ähm ja komm dann gehen wir nochmal kurz schnell ins hauptquartier ja jetzt am ende kommen halt erstmal nochmal viele cutscene so um die story natürlich wieder weiterzuführen ah nagy nagy wie sieht's wie sieht's jetzt aus wir waren zwar nur fünf sekunden weg aber du hast bestimmt neue informationen oh ja i should tell you something that empire guy sid he went into that temple sid what is he thinking i don't know i couldn't even guess what's up the airship we can't even get close to the temple we'll be wiped out at this rate no somebody help us hey what happened respond dang what about the others no good don't tell me they were all wiped out you guys stay away from there only the chosen may enter that land the chosen will touch all creation and obtain that which is truth it is reason outside of reason the reason of agito it is power the authority of agito and the sage proclaims in all things there is meaning in all things mourning will end make your choice will you choose reason or the power of kings i will become agito i will sound the nail to shake all the world when nine and nine meet nine the depths of reason shall stir when the seal of creation is broken a voice like thunder shall sound and thou shalt know we have arrived what's that it's a passage from the nameless tome are you saying sid's going to be agito not necessarily i only remembered it because the situation is similar a little too similar if sid were to become agito what will happen to the dominion i guess we can't just simply ignore this there's something i'd like to discuss with you all it's a matter of great import okay jetzt hört sich gar nicht mal so geil an gar nicht mal so geil aber gut we do not yet have sufficient data on the situation okay wir müssen ins klassenzimmer we will inform you as soon as we receive data please refrain from doing anything foolish that is doch das was alle werden wollen aber leute ich werde den part hier beenden ähm wir kommen langsam zum finale ich denke im nächsten part werden wird auch keine action sein da werden nämlich auch noch auch nur ja cutscenes sein allerdings sobald die action anfängt kommt man nämlich nicht mehr zurück das ist das problem und ich muss da definitiv noch was nachgucken weil da gab es einen raum den habe ich nie verstanden ich wusste nicht ich weiß nicht wie man da weiterkommt und das werde ich mal nachgucken müssen und äh trotzdem ich werde das machen und wenn es euch gefallen hat schaltet im nächsten part wieder ein auch wenn dann halt auch keine action höchstwahrscheinlich ist aber trotzdem sehr wichtig die story mitzubekommen und die story ist ja auch ganz gut jo ich würde sagen wir sehen uns hoffentlich im nächsten part wieder würde mich sehr freuen und ich sage bis dahin tschüss